Hey Guys, ich war vor einigen Tagen auf der Hochzeit von Stella und Alessio und da war dieser tolle, tolle Clown, Gromig mit Namen. Anfangs war ich ein wenig überrascht, überhaupt einen Clown zu sehen, aber es kam der Augenblick, wo er wirklich ausgepackt hat und die Sachen gebracht hat, die ich so noch nie gesehen habe. Und es mich tatsächlich, ich weiß nicht, also Lachen ist vielleicht zu wenig gesagt, man kam aus dem Lachen tatsächlich nicht mehr raus, besonders die kleinen Kinder hatte er perfekt in der Hand. Ich kann euch nur empfehlen, wenn du eine Hochzeit habt, eine große Veranstaltung, holt den Mann, lasst ihn machen, er weiß genau, was man machen muss. Einfach vertrauen, trust me on this one, der ist wirklich gut und ich habe wirklich wahnsinnig gelacht, besonders die Musikeinspielung und das ganze Kostüm hat mir sehr gut gefallen, eine schöne Hommage, eventuell sogar an Charlie Chaplin hat mir gut gefallen, die ganze Nummer, ich kann es nur empfehlen, book this guy. Ich weiß nicht so groß. Hey Eich школverlaufverlaufverlaufverlaufverAULogen. Ich bin jetzt vielfach erfadia. Ich bin jetzt schon fertig. Und ich war씬 Inge Manuel. Ich bin jetzt für 14. Und ich bin jetzt shocking seit oui. Zum� Window potzu, ich bin jetztpunkt hin. Base in Egglov consegue меня! Vielen Dank.